Die Brücke, wie ihr wisst, ganz wichtig für uns Läufer und jetzt zeige ich euch eine Variation, wie ihr natürlich, wenn ihr jetzt statisch schon gut könnt, die erschwert. Ihr geht wieder hoch in die Brückenposition, Po ist fest, Bauch ist eingezogen, Arme liegen parallel zum Körper und jetzt könnt ihr einmal mit beiden Beinen immer schön runter, hier, immer wenn ihr oben seid, schön, Po ist fest und runter, ihr könnt wirklich mit der Atmung dann auch spielen, ausatmen, Pro-Anspannung. Wenn ihr dann zu lasch ist, der hebt ein Bein ab, rechts und geht, natürlich Weidenwechsel. Und wie die Übung noch mehr auf die Hamstrings geht, wechselt ihr vom Aufsatz von den Füßen, den Fußaufsatz einfach, geht hinten schön auf die Fersen. Und das kann man natürlich auch einbeinig machen. Die Hamstrings sind ganz wichtig für uns Läufer, für den Vordervortrieb, deswegen unbedingt die Übung einbauen. Die Hamstrings sind ganz wichtig für uns Läufer, für den K不